Heute bei Wer weiß denn sowas? Cosma Schieberhagen im Team mit Bernhard Hohecker. Und sie spielen gegen Mina Hagen und Elton das Mutter-Tacko-Duell. Jetzt geht's los! Herzlich willkommen im neuen Jahr, meine Damen und Herren. Wir hoffen natürlich, sie sind gut reingerutscht, sind gut gestartet, haben sich ein paar Dinge vorgenommen fürs neue Jahr, für 2019. Wir wünschen ihnen auf jeden Fall ein gutes und gesundes neues Jahr und hoffen natürlich, dass sie uns auch gewogen bleiben in diesem Jahr. Also, wir haben uns tolle Gäste eingeladen für diese erste Sendung. Cosma Schieberhagen ist zu Gast. Hier geht der Damen und Herren. Und die einmalige Nina Hagen, ihre Mama mit Elton. Heute regiert der Punk bei uns. Und ich habe gleich was ganz Spannendes für Sie. Wussten Sie eigentlich, dass ein Faultier bis zu 40 Minuten die Luft anhalten kann? Verrückt, oder? Really? Ja, 40 Minuten. Bis zu 40 Minuten. Muss nicht, aber kann. So sieht's bei uns aus. So, jetzt gucken wir mal, wie die Zuschauerverteilung ist. Wie viele Zuschauer sitzen hinter welchem Team? Hinter Bernhard und Cosma sitzen 63 Zuschauer. Und hinter Elton und Nina Hagen sitzen 62 Zuschauer. Das wird mit Sicherheit eine spannende Sendung. Hier sind die ersten zwölf Kategorien des neuen Jahres. Hier ist die Wand. Zwölf Kategorien sind total genial. England, Basketball, damals, unser Körper, Fragezeichen, Einspruch, tierisch, tierisch, Umwelt, andere Länder, andere Sitten, clever und Schlagzeilen. Ja, haben wir Lust aufs? Ja, gerne. Ja, fangen wir direkt an. Was nehmt ihr? Andere Länder, andere Sitten. Besucher der westpazifischen Inselgruppe Japp staunen darüber, dass dort a. das Geld auf der Straße liegt, b. nur Essen, das gekocht worden ist, etwas kostet, oder c. Kinder ab sechs Jahren ihre eigenen Wohnungen haben. Klingt ja schon mal gut an. Also. Geld auf der Straße liegt. Du bist ja schon ein bisschen rumgekommen, Cosma, ne? Ja, also da müsste ja das Geld für irgendwas anderes stehen, also für irgendeine... Ja, die Frage ist, was ist das Geld? Also ich glaube nicht, dass das Münzen sind und Scheine. Nee, deswegen. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen. Ich hatte viel Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Nein, das ist schon... Und da ging es um eine Gruppe Menschen, deren Geld besteht aus großen Steinen. Und das sind große, runde Steine, die liegen quasi am Wegesrand entlang. Und das ist deren Wert, deren Wertgegenstände. Und die tauschen quasi nur den Besitzer, aber das Geld, also im Prinzip die Steine, die bleiben da irgendwie liegen. Deshalb bin ich jetzt sofort bei A. Aber es lief noch eine andere Dokumentation, in der vielleicht die Wahrheit gesagt, also das gesagt wurde, was für die Inselgruppe Japp stimmt, aber die habe ich nicht gesehen. Insofern, das habe ich mir nämlich nicht gemerkt. Was aber auch für A stehen könnte, ist, dass da irgendwie in dieser Inselgruppe irgendwas Bestimmtes angebaut wird, wovon die alle leben. Und das wächst überall. Und da führen Wege durch die Felder oder sowas. Oder die benutzen Muscheln und die Muscheln sind auch Teil der Straßen. Also die reden gar nicht, wir denken über B und C gar nicht mehr nach. Nee, irgendwie nicht. Ja, dann lass uns das gar nicht gelesen. Ja, pass auf. Dann lass uns direkt A nehmen. Ja, ich glaube auch. Ohne nachzudenken. Wir probieren es. Wir haben B und C zugehalten. Gut. Aber klang ja alles auch ganz logisch, was ihr gesagt habt. Bis ins 20. Jahrhundert machten sich die Inselbewohner von Japp regelmäßig auf eine gefährliche Seereise. 460 Kilometer entfernt, auf Palau, verarbeiteten sie Mineralien, die es auf ihrer Insel nicht gab, zu Steinscheiben. Aufwand und Seltenheit machten die Steinscheiben sehr wertvoll und schließlich zur Währung. Heute werden in Japp Alltagskäufe mit US-Dollar getätigt. Das Steingeld kommt aber nach wie vor für größere Zahlungen zum Einsatz. Allerdings sind die Scheiben so schwer, dass sie zwar den Besitzer wechseln, aber einfach auf der Straße stehen gelassen werden. Richtige Antwort. Damit starten wir mit einer richtigen Antwort ins neue Jahr. Was ja ein guter Start ist, die ersten 500 Euro. Sehr gut. Ich möchte gerne England nehmen. Können wir gerne machen. England. Wir lieben England. Kommt bestimmt eine spannende Frage. Um ein Punk-Gen. Ja, der Elton total. Und? Elton ist in Tiefe seines Herzens ist der Punker. Die im Norden Englands gelegene Stothall Farm ist die Heimat von 900 Zuchtschafen und A ist auf den Flaschenetiketten aller britischen Biere zu sehen, B liegt zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen einer Autobahn oder C ist der Geburtsort von Theresa May und Elton John. Warum sollte diese Farm auf allen britischen Bieren zu sehen sein? Ja, weil da der Punk zu Hause ist in England. Also der wurde da quasi erfunden. Naja. Ja, das stimmt. Ja, aber da sind Zuchtschafe und das soll auf jedem englischen Bier zu sehen sein? Diese Farm macht für mich keinen Sinn. Äh, gut. Okay. Kann sein. Man weiß es. Anyway, weiß ich glaube ich nicht. Also kann ich mir. So. Sind das ja schon gewöhnt. Liegt zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen eine Autobahn. Das heißt, mittendrin ist diese Farm. Rechts und links ist eine Autobahn. Das kann ich mir zumindest vorstellen, dass das möglich ist. Und diese Farm, so ein neuner Zuchtschafen, ist der Geburtsort von Theresa May und Elton John. Die Antwort ist am lustigsten. Die würde ich gerne nehmen. Weil die unter Schafen groß geworden sind. Nee, weil die in einer total romantischen Ecke von England auf der Welt geputzelt sind. Hm. Stoddall Farm. Where were you born? Well, nearby Stoddall Farm. Das kann ich mir gut vorstellen. Kannst du dir ganz kurz nochmal, kannst du dir nicht vorstellen, dass es total schön ist, das ist das schöne Anführungszeichen, eine lange Autobahnsstrecke und zwischendrin ist eine lange Strecke, wo denn die Schafe drauf sind? Nee. Nee. Ich kann mal vorstellen, dass zwei Menschen, die im hindernsten Norden, in der Nähe von der Schafe, auf die Welt gekommen sind, die sich dann loslösen und fortmachen. Ja. In die Mitte. Ah, okay, pass auf, du bist für das Harmonische und Schöne. Es ist doch logisch, wenn man hinten im Norden auf die Welt krabbelt, dann wird man so kräftig, ja, wir nehmen 10, das ist total logisch. Das war die ganze Welt. Antwort 10. Wo sind Sie jetzt geboren oder was ist da passiert im Norden England? Paul Thorpe lebt mit seiner Frau und seinem Sohn auf der über 200 Jahre alten Stott Hall Farm. Hier kümmern sie sich um 900 Zuchtschafe und können dabei täglich von zehntausenden Autofahrern gesehen werden. Das Bauernhofgelände befindet sich zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen des M62 Motorway. Die Autobahn wurde in den 1960ern um das Gelände herumgebaut, da das Terrain zu abschüssig war, um alle sechs Fahrspuren nebeneinander anzulegen. Ich hoffe, die haben wenigstens eine Fußgängerbrücke. Ich weiß jetzt auch wieder, wie das hier funktioniert, Elton weiß doch am meisten Bescheid, aber mein Kind ist heute hier, ich will es ja auch gewinnen lassen. Achso, ja. Aber da haben wir was dagegen. Nein, das war doch nur ein Witz. Ich mag Mutterliebe. Was die Mutterliebe? So, nächste. Nächste Kategorie. So, bitte, such dir mal was. Jetzt bin ich mal dran, dann nehme ich Einspruch. Laut einer Entscheidung der Stadt Wien verstößt es gegen die seit 2018 in Europa geltende Datenschutz-Grundverordnung, wenn A, auf einem Kaffeebecher der Vorname eines Kunden steht, E, ein Friseur den Namen eines Kunden erfragt oder C, ein Vermieter ein Klingelschild mit dem Mieternamen anbringt. So, auf einem Kaffeebecher der Vorname eines Kunden steht, kann man sich nicht vorstellen. Oder zumal die ja auch sagen, wie heißt du? Und dann kann man ja sagen, ich könnte ja sagen, ich heiße Kai, weil ich nicht will, dass mein Name da drauf steht. Ich würde auf C tippen. Und warum? Weil alles wahnsinnig anstrengend geworden ist seit dieser komischen Datenschutz-Grundschutz-Verordnung. Und ich glaube, in dem Fall darf der Vermieter das einfach nicht. Alles andere ist mehr so alltägliche Sachen, wo man, glaube ich, kein Gesetz für machen kann. Aber in Mietersachen eher schon. Also zumal A und B wird etwas erfragt. Also ich frage dich, wie heißt du, schreibst auf den Becher drauf. Als Friseur sage ich, wie heißt du und das ist natürlich eine Zustimmung. Und C ist dann quasi das fremdbestimmte Bekanntgeben deines Namens. Muss man ja selber entscheiden können, was man für einen Namen an seinem Schild schreibt. Ja, sollen wir dann C? Ich glaube, ja. Ja, dann sag du das. Ich meine, es funktioniert immer noch nicht. Funktioniert nicht. Würde ich sagen. C. Und es wäre wirklich schade, wenn dein Name nicht mehr auf einem Kaffeebecher stehen würde. Die Cosma ist so ein schöner Name. Es ist wohl wahr. Ja, so schön. Möchte ich auch heißen. In Wien hat eine Entscheidung bezüglich der seit 2018 geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung für Wirbel gesorgt. Ein Mieter hatte sich beschwert, dass sein Name ungefragt auf sein Klingelschild geschrieben worden war. Er beklagte den mangelnden Datenschutz. Die zuständige Magistratsabteilung gab dem Mieter recht. Die betreffende Hausverwaltung entfernte daraufhin die Namen auf insgesamt 220.000 Klingelschildern in Wien. Bewohner dürfen jedoch weiterhin selbst ihren Namen auf dem Klingelschild anbringen. Alcantara. Zweite Frage, zweite richtige Antwort. Ihr steht bei 1.000 Euro. So Elton, nächste Kategorie. Du wolltest damals gerne, ne? Oh ja, damals. Damals. Welches Recht wurde 1907 den Kellnern der Pariser Bistros eingeräumt, nachdem sie wochenlang dafür gestreikt hatten? A. Bastenmützen in ihrer Freizeit zu tragen, B. sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen oder C. vom Gast unverzehrte Baguettes mit nach Hause zu nehmen. Die Franzosen sind sehr solidarisch. Und wenn... Was ist das? B. Bastenmützen in der Freizeit, das durften die doch bestimmt von vornherein. Genauso Schnurrbart-Elton. Und es haben immer noch heute, gibt es die Tatsache, dass Bedienstete, also Angestellte, verklagt werden von irgendwelchen bösen Raubtierkapitalisten, ja? Wenn sie mal eine Erbse genascht haben auf ihre Arbeit vom... Und daher kann ich mir nur C vorstellen, dass es in Frankreich auch so war, dass die erst dafür kämpfen mussten, nicht mehr nutzbare Lebensmittel mit nach Hause nehmen zu können. Da sind uns die Franzosen wahrscheinlich wieder mal voraus gewesen in ihrem Kampf für Gerechtigkeit und Solidarität. Ich bin ganz bei dir. Ich möchte nur ganz kurz fragen, was der Elton meint. Ich... ich schwanke zwischen A und B. Okay, können wir eine Tasse Tee haben und zwar für jeden, der herrnimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Geschichte der Baskenmütze, was das auf sich hat, ob das was Revolutionäres ist oder nicht. Meiner Meinung nach sollen die doch aber in der Freizeit tragen dürfen, was sie wollen. Warum soll man jemanden in der Freizeit etwas verbieten? Deswegen stimme ich nicht für A. Das ist schon mal gut. So. B kann ich mir mal ein bisschen vorstellen, weil vielleicht war es nicht schick als Kellner, wenn du gearbeitet hast, einen Schnurrbar zu tragen. Vielleicht haben die gesagt, das sieht nicht gut aus, der muss ab. So, 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 so blöde kann ich mir die Franzosen niemals vorstellen. Die waren... so was kann es in Frankreich nie gegeben haben. Vive la France. Nein, es käme nur C in Frage. Die Franzosen sind so solidarisch. Wir können uns davon ein Schäbchen abschneiden. So, der Elton muss ja jetzt eine Entscheidung treffen. Was... Ja, das kann man nicht. Kann... Oh Mann. Die kämpfen dafür, für Lebensmittel, für Sachen, die man wirklich braucht. Ich habe mir gleich gesagt, Elton, mach Silvester nicht so lange. Aber nimm doch was du willst, nimm was du willst, nimm was du willst, nimm was du willst. Und jetzt ist du dran. Jetzt ist du dran. B. Oh. Was mit dem letzten Mann passiert, der sich dir widersetzt hat? Nein, ich bin ganz brav. Nein, 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 das ist ganz brav. Ganz brav. Aber der Elton hat sich jetzt mal durchgesetzt. Das ist jetzt richtig, das habe ich ein ganz großes Problem mit dem Rest der Sendung. Am 17. April 1907 legten die Kellner der Pariser Bistros ihre Arbeit nieder und forderten das ein, was ihnen seit Jahrzehnten verwehrt blieb. Jeder Soldat trug ihn und auch beim Volk war er en vogue, der Schnurrbart. Doch Kellner wurden gleichgestellt mit Hausangestellten und mussten wie diese stets glatt rasiert erscheinen. Nach einem über Wochen andauernden Proteststreik kam Anfang Mai die erlösende Nachricht. Auch Kellner durften sich ab sofort einen stattlichen Schnurrbart wachsen lassen. Siehst du, nicht nur die Franzosen sind sozial, Nina ist das auch. Ja, aber nicht. Die ersten 500 Euro für euch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also es klingt komisch, aber mich interessiert Basketball. Weil das kann vielleicht jemand wissen hinter uns, das sind alles Basketballspiele. Das kann gut sein. Ich kann dir da nicht helfen, aber machen wir. Ja, ich mir auch nicht. Also dann lass uns doch, wir nehmen Basketball. Dann nehmen wir das doch mal aus dem Spiel. Warum gibt es in der amerikanischen College Basketball Liga keine Rückennummern von 6 bis 9? A, um die Produktionskosten der Trikots niedrig zu halten, B, damit die Schiedsrichter sich leichter verständigen können, oder C, weil die Nummern an inaktive Legenden vergeben wurden. Inaktive Legenden? Ja, das ist ja geil. Nicht mehr aktive Legenden. So, also das ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Frage. Das muss man mal ganz klar sagen. So, um die Produktionskosten der Trikots niedrig zu halten, warum sollen 6, 7, 8 und 9 teurer sein als 1, 2, 3, 4, 5 und 10, 11, 12 und so weiter? Damit die Schiedsrichter sich leichter verständigen können. Hä? Wenn die die Leute, also die haben 1, 2, 3, die wollen auf den Spieler zeigen, dann haben sie mit einer Hand können sie zeigen, wer es ist, und mit der anderen können sie sagen, was er gemacht hat. Und das ist die 10. Das heißt, mit einer Hand können sie den Spieler anzeigen, der es war. Und von der 6 bis 9 ist schwierig. Und mit der 2. können sie dann sagen, raus, weg, hoch, toll und so weiter. Das wäre für mich eine Erklärung für B. Weil die Nummern an inaktive Legenden vergeben wurden. Also, das kommt vor, dass bestimmte Rückennummern an Spieler, die Spieler getragen haben, nicht mehr vergeben werden. Das kenne ich schon aus dem Fußball. Voll ich auch. Aber das ist dann eher innerhalb einer Mannschaft. Also, dass in einer bestimmten Mannschaft die Nummer 17 nicht mehr vergeben wird, weil die hat immer der Klaus getragen und der war toll. Deshalb bin ich vom Gefühl bei B. Wollt ihr euch was trauen? Ja, das ist genau die Sache. Wir können aber auch einfach die, also vielleicht, vielleicht gibt es, hat irgendeiner eine Idee oder weiß es oder nimmt einfach das das hier. Aber zur Absicherung finde ich das B. Ich bin mir da nicht sicher genug. Einmal für die Versicherung. Für die Versicherung, bitte. Wir würden uns gerne einmal absichern. Kennst du irgendjemand? Ist jemand wein? Ach, was so? Ja, ja. Noch jemand, der es weich ist? Nö, nö, einfach raten auf. Schauen wir erst mal. Vielleicht. Danke. Hallo. Hallo, ich bin Peter aus Hamburg. Okay, Peter, schon mal beim Basketball gewesen? Basketball nicht, aber ich war mal beim Baseball und da weiß ich, dass da Nummern nicht weiter benutzt werden, wenn Legenden die getragen haben. Aber wie Bernhard gesagt hat, das ist nur innerhalb der Mannschaften. Außerdem geht es hier ums College-Base. Okay. Insofern bin ich auch bei B. Auch bei B, alles klar. Okay, Peter bestätigt das also und sagt, das klang gut, was der Bernhard gerade hat. Das ist bei der Antwort. Wer weiß? Weil beim Basketball die Spielgeschwindigkeit so hoch ist, müssen Schieds und Kampfrichter auch bei großer Lautstärke möglichst schnell kommunizieren können. Für die wortlose Verständigung gibt es in der amerikanischen College Basketball-Liga deshalb spezielle Handzeichen, mit denen sie zum Beispiel signalisieren, welcher Spiele ein Foul begangen hat. Damit das mit maximal zwei Händen funktioniert, ist es den Vereinen offiziell verboten, die sechs, sieben, acht oder neun in Trikotnummern zu benutzen. So, es kommen nochmal 500 dazu, hier steht bei 1500. Was hättest du gerne? Tierisch, tierisch. Tierisch, tierisch. Junge Hennen liegen. A. Keine Eier, wenn es dunkel ist. B. Nur Eier, wenn keine alten Hennen in der Nähe sind. Oder C. Häufig Eier mit zwei Dottern. Geil, oder? Junge Hennen liegen. Ich würde für die letzte plädieren. Du wirst immer für die letzte. Weil die Jungen noch so viele weibliche Hormone innehaben und ständig Babys bekommen können und wollen und viele Zwillingsgeburten. Also ich plädiere für C, aber ich bin wahrscheinlich wieder falsch, weil wer weiß denn sowas. Sagen wir mal so, ich bin diesmal nicht ganz so abgeneigt von dieser Erklärung zumindest. Also ich würde das auch nehmen. Die legen keine Eier, wenn es dunkel ist. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Das ist doch eigentlich egal, ob es dunkel ist oder nicht. Ich war noch nie ein Huhn. Ich auch nicht. Und ich war auch noch nie im Dunkeln im Hühnerstall. Und habe beobachtet, ob die Eier legen oder nicht. In der Kindheit schon, aber ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. So, die legen nur Eier, wenn keine alte Henne in der Nähe sind. Ach, woher will denn die Jungen wissen, wer jetzt älter ist? Aber ich finde die Erklärung gut. Da sind sie Hände. Nur noch ein ganz kurz, wann hast du das letzte Mal ein Ei mit zwei Dottern gesehen? Naja, die verkauft man im Raubtierkapitalismus nicht so, weil... Ach, die werden durchleuchtet. Der Verbraucher, der Verbraucher ist ja auch, Juno, der will das nicht. Ja, dann über den C. Guck mal. Das ist jetzt das erste Mal, dass ihr euch einig wart. Ja. Ja, was immer das jetzt bedeutet. Ja. Das ist doch ein Fortschritt. Eier reifen im linken Eierstock von Hennen heran, da sich der rechte nach dem Schlüpfen bereits zurückbildet. Nach und nach werden Nährstoffe in die reifenden Eizellen eingelagert und Dotterkugeln bilden sich. Pro Ei verlässt eine dieser Kugeln den Eierstock. Bei jungen Hennen kommt es jedoch aufgrund ihres noch nicht vollständig entwickelten Hormonsystems vor, dass zwei oder sogar vier Dotterkugeln in ein Ei wandern. Diese Eier werden häufig auch größer als herkömmliche Eier. Sehr gut. Ja. So, 1000 Euro sind es jetzt bei euch. Ich nehme die jungen Hühner. Nächste Kategorie. Lacht dich davon irgendwas an? Also jetzt außer den Gesichtern? Äh, ach nee, jetzt ist alles weg. Schlagzeilen vielleicht. Oh, das ist für mich ganz schlecht. Lass uns lieber clever nehmen oder sowas. Clever. Clever. Schlagzeilen habe ich ganz, also letztes Jahr nicht gut gelaufen. Ein Deoroller zum Nachfüllen hilft auch bei A. Schmerzenden Muskeln B. Hausstauballergie oder C. Altersbedingter Weitsichtigkeit. Was? Hä? Das Entscheidende ist ja ein Deoroller zum Nachfüllen. Deshalb kann ich mir vielleicht vorstellen, wenn man den irgendwie aufschraubt, dass man die Rolle oder das, was auch immer da drin ist, aufmacht und als Lupe benutzt. Also du hältst das so drüber und dann kannst du irgendwie lesen, weil entweder der Boden ist besonders fest, kannst du ausspülen, guckst dann so durch oder du nimmst die Kugel und kannst die auf was draufhalten und dann was. Das könnte ich mir vorstellen. Weil was, wie soll man schmerzende Muskeln mit einem, also was unterscheidet einen Nachfüll-Deoroller von einem Normalfüll-Deoroller bei schmerzenden Muskeln? Also so wie du es jetzt gesagt hast, würde ich dann auch C sagen, aber ich verstehe die Frage und die Antworten nicht. Mach du mal. Wir haben ja eh kein Publikum mehr, wir müssen das selber machen. Ja, Publikum ist schon auch da. Deshalb C. Ja, die sind auch da und sie stehen auch weiter hinter uns, aber... Laufst du da mit so zwei Deoroller-Köpfen durch die Gegend? Ich guck da rein. Die zeigen es dir jetzt. Ja, ja, bin gespannt. Die zeigen es dir jetzt. So, hier, guck. Aus einem Deoroller zum Nachfüllen kann schnell ein kühlender, schmerzstillender Massagestick gegen leichte Muskelschmerzen gewastelt werden. Statt mit Deodorant den Stick mit Menthol-Seibe füllen und über den schmerzenden Muskel rollen. Zusätzlich zum Massageeffekt beeinflusst der Wirkstoff Menthol die Kälterezeptoren der Haut und erzeugt dadurch beim Auftragen eine kühlende, schmerzlindernde Wirkung. Das Menthol. Also kannst du auch Franzbrandwein reintun, also eine kühlende Flüssigkeit rein und mit dem Stift und der Kugel kannst du dann die schmerzende Stelle... Kann ich hier noch als Bierglas benutzen, wenn ich den Roller weglasse. Ja, okay. Es bleibt bei 1.500 Euro und ihr könnt jetzt ausgleichen. Wir nehmen jetzt total genial. In der Hoffnung, dass auch so eine schöne Frage ist. Was kann in der Küche zum Verschließen von offenen Tüten genutzt werden? Gummiband. A. Dosenöffner und Teelöffel. B. Gemüseschäler und Blatt Papier. Oder C. Messer und Korken. So, okay, wollen wir mal gucken. Also, Tüte ist offen, die will man zumachen. Dosenöffner. Dosenöffner gibt es ja verschiedene. Aber nehmen wir mal an, also das sind diese hier. Da machst du ja was mit kaputt. Und es heißt ja auch schon... Ja, danke. Du entscheidest das alleine. Nein, 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 du musst mir schon... Sag zumindest mal ja oder nein. Aber was soll der Teelöffel damit? Gemüseschäler und Blatt Papier. Gemüseschäler. Wer weiß denn sowas, kann man nicht das... Wer weiß denn sowas erweitern mit Komma oder was? Wer weiß denn sowas oder was? Dann hätte man vielleicht noch als Joker, dass man vielleicht mal googeln gehen kann. Oder, oder... Dass man, dass man ein bisschen... Dass man nicht ständig, wie die Kuh vor einem neuen Tor... Aber ich weiß ja, ich weiß ja, wofür Nina ist. Ja, für C. Du bist ja immer für das Letzte. Du bist immer für das Letzte. Und ich bin da gar nicht, ich bin da gar nicht so weit weg. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. So weit reicht meine Kraft nicht. Ich habe immer noch einen Kater von Silvester. Das macht es natürlich heute auch nicht leichter. Also, wenn du hier du-du-du-du machst, ne? Den Zugwindel. Ich kugel in der Zeit, wo Elton John geboren ist. Dann ist das zu. Jetzt pass auf. Nimmst du den Korken, das Messer, du schlitzt den Korken auf und steckst das, dieses du-du-du-du-du, was du zugemacht hast, da rein. Okay, ich bin bei dir. Kann das funktionieren? Das kann ich. So was würde ich auch ausprobieren. Cosma, wir probieren das mal aus. C. Okay, dann gucken wir uns das an, wie es funktioniert. Praktischer Tipp. Oft wird nicht der komplette Tüteninhalt benötigt und die Tüte soll wieder verschlossen werden. Dafür reichen ein Messer und ein Korken. Mit dem Messer den Korken längs bis zur Hälfte einschneiden. Nun den Tütenrand einmal umklappen und den Korken mit dem Schlitz darauf stecken. So ist die Tüte wieder sicher verschlossen. Richtige Antwort. Siehst du. Es ist fast immer zäh. Das ist ganz einfach bei uns. Steht jetzt bei 1.500 Euro. Ja. Unser Körper, Fragezeichen, Umwelt und Schlagzeilen. Schlagzeilen machst du nicht. Wir können sie aber gerne trotzdem nehmen. Wenn ich dir mit Schlagzeilen eine Freude mache, würde ich sie nehmen. Nö, nö. Fragezeichen. Vielleicht bleibt ja eh übrig. Nehmen wir das Fragezeichen. Ja, vielleicht ist es eine Schlagzeile. Der Waffle House Index in den USA gibt einen Hinweis darauf, wie A. groß die Schäden nach einem Sturm sind, B. viele Amerikaner Übergewicht haben, oder C. Wie sich der Kurs des Dollars aktuell entwickelt. Hast du schon mal gehört? Ja, gehört habe ich den schon mal, aber ich habe, glaube ich, nicht. Danach habe ich direkt ausgeschaltet. Also sich der Kurs des Dollars aktuell entwickelt, das nennt man, glaube ich, Dollarkurs. Also warum soll es da einen Index für geben? Ein Index ist ja eine Zusammensetzung aus mehreren Werten. Oder auf einer Skala. Viele Amerikaner, also ich bin für A oder B, und mich lacht am meisten A, dich auch. Ja, mich lacht A mehr. Waffle House, also dieses Haus da drin, wäre jetzt komisch mit dem Übergewicht. Ist das ein Index? Oder das ist doch einfach nur, naja, 12. Ich meine, bei uns heißt das ja sozusagen Body Mass Index. Ja, aber den gibt es da. Aber der heißt da auch genauso, glaube ich. Weil es ist ja ein englisches Wort. Ob der Waffle House Index die Anzahl derer ist, die unterm Body Mass Index liegt. Ich würde auch eher sagen A. Wenn nicht A. Vielleicht hat die Waffle ja auch mit dem Übergewicht zu tun. Die Restaurantkette Waffle House ist in den USA für ihre durchgehenden Öffnungszeiten bekannt. Da diese auch im Unwetterfall gelten, dient der Katastrophenschutzbehörde FEMA, der Waffle House Index als inoffizieller Indikator für das Ausmaß von Sturmschäden. Grün bedeutet, Restaurants haben geöffnet. Es gibt wenige Schäden. Strom ist vorhanden. Gelb heißt begrenztes Angebot, möglicherweise Probleme in der Stromversorgung. Und bei Rot sind die Läden geschlossen, was auf schwere Sturmschäden schließen lässt. Die richtige Antwort, 2.000 Euro. So. Was ist mit unserem Körper? Das weiß ich nicht. Das ist eine sehr private Frage. Okay, wir nehmen Körper, dann lassen wir Cosma die Schlagzeilen. Die kriegen wir ja wahrscheinlich, weil die ihr Umwelt daneben. Aber wir nehmen mal unser Körper. Unser Körper. Irgendwie ist das der Moment, vor dem ich Angst hatte, dass ihr die Kategorie Unser Körper nehmt. Wochentags zwischen 16 und 19 Uhr ist A, die beste Zeit, um Sport zu treiben, B, eine gute Zeit, um Zitrusfrüchte zu essen oder C, die menschliche Empathiefähigkeit besonders hoch. Also, A, geht gar nicht. Denn, weil, wer soll denn sowas festlegen? Das muss ja ein Diktator sein. Den haben wir ja. Ja, nee. Die gehen davon aus, dass zwischen 16 und 19 Uhr vielleicht körpermäßig in unserem Körper, weil wir da vielleicht am fittesten sind, sollte man da Sport haben. Nicht man muss oder soll. Das ist jetzt keine, also, es wird wahrscheinlich tatsächlich wie ihr wieder auf C ausfallen. Dass sie, die meisten Leute posten ja auf den Social Networks immer so, hab ich neulich mal gesehen im Fernsehen, dass die meisten immer gerne nachmittags posten, weil dann die meisten Leute irgendwie hellwach sind und viele Likes verteilen und miteinander kommunizieren. Du kennst ja voll aus, du bist ja voll im Game. Und das ist nachmittags und daher wäre das mit dem Sport eigentlich auch logisch, aber auch gute Zeit, um Zitrusfrüchte zu essen. Wofür bist du denn denn? Ich bin mit C. Ich bin... Was willst du sagen? Nein. Ich bin tatsächlich auch wieder bei C. Ich kann mir vorstellen, wochentags ist Arbeitszeit. Zwischen 16 und 19 Uhr geht es dem Feierabend. Ja. Die Leute sind relaxed, die Leute sind cool drauf, haben dann wahrscheinlich mehr Mitgefühl oder mehr Verständnis füreinander kommen. Kann gut sein. Das ist alles easy. Das ist das Einzige, was mir wegen wochentags... Weil Sport kannst du ja auch... Wochentags, oh Gott, ja. Was machen wir denn? Wir nehmen C. C. Also... Ist doch ekelhaft. Das heißt ja dann... Ist doch ekelhaft. Wir glauben daran. Montag... ... bis Freitag, 16 bis 19 Uhr. Love is in the air. Yeah. Laut Forschern der Sporthochschule Köln sorgen Hormone und der Biorhythmus dafür, dass wochentags zwischen 9 und 11 und zwischen 16 und 19 Uhr Blutdruck, Puls, Körpertemperatur, Muskelkraft und Atemfrequenz auf ihrem Tageshoch sind. Dann ist der Körper besonders leistungsfähig. Für die Wissenschaftler ist aber der Nachmittag die beste Zeit für Sport. Denn dann wird zusätzlich Alltagsstress abgebaut. Eine sogenannte psychophysische Regulation findet statt. Und der Kopf wird frei. Neues Jahr. Komm, wir machen Sport. Wir müssen mehr Sport treiben. Wir müssen sowieso mehr Sport treiben. Und der Elton muss mehr auf seine Gäste hören. 1.500 Euro bleiben es ja. Es wird nichts abgezogen. Wir haben noch Umwelt und Schlagzeilen. Weißt du, was ich dir jetzt zum neuen Jahr schenke? Eine Schlagzeile? Eine Schlagzeile. Oh, bitte nicht. Aber du packst aus. Ich mach... Ich fass das nicht an. Die Wählervereinigung. Pro Bockwurst. Ach, Gott. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? A. Ist eigentlich eine vegane Bewegung. B. Wurde im Sommer 2018 von Uli Hoeneß gegründet. Oder C. Stellt seit Oktober 2018 den Bürgermeister in Ilmenau. Also los geht's. Also wenn es eine vegane Bewegung wäre, Ja, das wäre schon ein lustiger Name. Ja, das wäre wirklich so lustig. Aber so lustig sind die Veganer, glaube ich. Nein, 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 nein. Wurde im Sommer 2018 von Uli Hoeneß gegründet? Hätte man schon mal irgendwo gelesen oder gehört? Das ist, glaube ich, ein lustiger Gag, weil er... Wir sagen einfach C. Ja, Berner, der Apfel fällt nicht bei. Ja, ja, ich hab das Gefühl. Kuck, 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 kuck. Nur ganz kurz als Denkansatz. Kann es sein, dass die Wählervereinigung Pro Bockwurst sich dafür einsetzt, dass man auch ein veganes Gericht Bockwurst nennen darf? Nur so, weil das auch immer so eine... Das kann gut sein. Oh. Das kann wirklich gut sein. Darf ich mich jetzt verwurzeln? Ja, hast du total. Weil da gab es doch jetzt diese große Diskussion, dass die alles das nicht mehr so benennen dürfen. Diese ganzen veganen, fleischmäßigen Sachen, die darf man nicht mehr Fleischsalat nennen oder... Bolognese. Was auch immer, ja. Das ist sogar mal verboten und durfte es auf bestimmten Sachen noch nicht mehr draufstehen oder sowas. Ja, du hast mich ganz durcheinander gebracht. Jetzt musst du entscheiden. Jetzt muss ich entscheiden, weil ich dich durcheinandergebracht habe. Sollen wir A sagen? Ja, komm. Ich hätte C genommen. Das wissen wir nun schon. Pass auf, das ist natürlich richtig. C ist immer bei denen, richtig? Ja, genau. Bei uns ist es wahrscheinlich A. So, Bernhard, Entscheidung. Wir nehmen A. Vielleicht wollte die Wählervereinigung ja auch, dass die Tofu-Stange nicht mehr Bockwurst genannt wird. Ach so, ja. Das ist Daniel Schultheiß, Mitbegründer von Pro Bockwurst. Entstanden ist die ungewöhnliche Bewegung in der Mensa der Universität Ilmenau, als es Bockwurst gab. Seit 2009 ist die Wählervereinigung im Stadtrat von Ilmenau vertreten. Bei der Oberbürgermeisterwahl im Spätsommer 2018 trat Schultheiß als Gemeinschaftskandidat für Die Linke, SPD, Die Grünen und Pro Bockwurst an. Dabei kam er auf insgesamt 51,4 Prozent der Stimmen und gewann die Wahl. Es bleibt bei 2.000 Euro und damit habt ihr noch die Chance auszugleichen. Ja, ja, das erste Gefühl. Ach, Mist. Nehmen wir? Ja, bleibt ja nicht. Nö. Wollt ihr gleich einloggen oder soll ich euch noch die Frage stellen? Ja, wir nehmen sie, aber fragen das Publikum. Alles klar. Die Frage. So, wer will. Bonner Forscher fanden 2018 heraus, dass Feinstaub a. als Düngemittel verwendet werden kann, b. in Kombination mit Sonneneinstrahlung ein klebriges Harz bildet oder c. Bäumen über die Blätter Feuchtigkeit entzieht. Wagen ist Publikum, oder? Ja, ich denke nur kurz selber nach. Ich bin ein bisschen, warum auch immer, für B. Als Düngemittel Feinstaub. Feinstaub ist doch eigentlich total schädlich. Bist du noch da? Ja, ja, ja. Das ist doch eigentlich total schädlich. Warum soll das auf einmal als Düngemittel verwendet werden können? Das ist natürlich sensationell. Bäume, Moment, ich muss das mal kurz verstehen. Bäume über die Blätter Feuchtigkeit entzieht. Also Feinstaub setzt sich auf die Blätter der Bäume und entzieht dadurch Flüssigkeit. Keine Ahnung. Ich bin für B. Ich dachte, ich kenne das vielleicht, wenn das Feinstaub auf dem Auto ist, da kommt Sonnen drauf, dann sind das immer so wie Pollen. Aber kann auch Pollen sein oder nicht? Ja, genau, weil Feinstaub ist ja ein anderes Wort für Dreck. Ja. Und wenn sich auf... Es bildet sich irgendwann Dreck, wenn das zu viel Feinstaub ist, sagt, das ist logisch. Ja, aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Aber deswegen... Wir haben noch Publikumsjoker. Aber wir haben bestimmten Feinstaub-Experten. Nein, in Hamburg Feinstaub, großes Thema. Bäume über die Blätter. Aber wir haben vielleicht gar nicht alle aus Hamburg. Nee, das stimmt wohl. Dieser blöde Feinstaub ist bestimmt daran schuld, dass es den Bäumen nicht richtig wirklich gut geht. So, hier aber. Hallo. Wo kommst du her? Aus Neu-Bern bei Schleswig. Okay, war ich noch nicht. Wie groß ist das? 1.000 Einwohner. Okay, ein Ticken kleiner. Etwas, ja. Okay, wie heißt du? André. André, was machst du, André? Ich bin Beamter. Bei der... Kreisverwaltung. Kreisverwaltung. Okay, da hat man ja ab und an mit Feinstaub zu tun. Kommt ein bisschen drauf an. In meinem Bereich nicht, aber ich komme ursprünglich hier aus Hamburg. Insofern, ich würde auch auf B tippen. Einfach durch die Reaktion dann zwischen dem Staub und der Sonneneinstrahlung. Alles klar. Okay, gut. Dann haben wir B eingeloggt. Verklebter Dreck. Und wir schauen. Forscher der Universität Bonn machten 2018 eine verblüffende Entdeckung, als sie den Einfluss von Feinstaub auf die Umwelt untersuchten. Feinstaubablagerungen auf Blättern und Nadeln von Bäumen absorbieren abgegebenen Wasserdampf. Dabei entstehen gesättigte Salzlösungen, die in die Spaltöffnungen der Blätter eindringen und eine dort ähnliche Struktur bilden. Über diese verliert die Pflanze unkontrolliert Wasser. Somit entzieht Feinstaubbäumen über die Blätter Feuchtigkeit. Ein Dreck. Wir sind halt doch auch eine Sendung, bei der man eine Menge lernt. André, jetzt müsst ihr die Daumen drücken fürs Finale. Es ist ja noch nichts entschieden. Wer hat ja mal bei C geblieben. Ja, schon. Ja, ich hab mich ja nicht immer getraut. Ja. Stimmt. Nina, bist oft zu zurückhaltend. Das ist das Problem. Wir schauen auf den Zwischenstand vor dem Finale. Bernhard und Cosma Schieberhagen haben 2000 Euro auf dem Konto. Edna und Nina Hagen haben 1500 Euro auf dem Konto. Hier ist unser Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Musik. Ich hab keine Ahnung, das kann ich dir jetzt schon sagen. Sehr wahrscheinlich. Wenn die jetzt nicht fragen, welches Instrument hat sechs Seiten und es kommt neben Trommel und Trompete nur die Gitarre. Beide Teams haben ihren Einsatz gemacht, volle Konzentration. Hier ist die heutige Masterfrage. Von welchem Instrument wird vor einer Orchesteraufführung der Kammerton A vorgegeben? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Zeit ist um. Beide Teams haben Geld gesetzt, eine Antwort eingeloggt. Wir stehen kurz vor der ersten Entscheidung des neuen Jahres. Bleiben Sie dran, wir sind gleich zurück. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Auch im neuen Jahr sind wir wieder Montag bis Freitag für Sie da. Heute unsere erste Sendung im neuen Jahr mit Cosma Schieberhagen im Team mit Bernhard Hohecker. Die beiden haben 2.000 Euro erspielt und auf der anderen Seite die Mama Nina Hagen-Medaillten. Die beiden haben 1.500 Euro erspielt. So, wir schauen mal auf die gerade gestellte Masterfrage. Von welchem Instrument wird vor einer Orchesteraufführung der Kammerton A vorgegeben? A, Cello, B, Trompete oder C, Oboe? Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Bernhard und Cosma haben gesetzt? 1.001 Euro. Elton und Nina haben gesetzt? 1.499 Euro. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und Cosma? Antwort C. Elton und Nina? Auch Antwort C. Oh! Ja, ich kann Sie heute schon einladen, meine Damen und Herren. Am Samstag gibt es eine neue Ausgabe Klein gegen Groß. Die erste des neuen Jahres mit tollen Gästen. Maria Furtwängler ist dabei. Santiano, Johann Lafer, Lisa und Lena und Max Giesinger. Also es lohnt sich reinzuschalten. Nehmen Sie sich besser nichts anderes vor am Samstag. So, jetzt kommen wir zur Auflösung. Von welchem Instrument wird vor einer Orchesterauführung der Kammerton eingestrichenes A vorgegeben? Cello ist es nicht. Trompete ist es nicht. Die Oboe hat einen besonders klaren Ton und ist weitgehend unempfindlich gegenüber äußeren Faktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und deswegen gibt sie das gestrichene A vor. Antwort C ist richtig. Und das sind für jeden von euch 47,63 Euro. Cosma, herzlichen Glückwunsch. Hat groß Spaß gemacht. Bernhard, vielen Dank. Glückwunsch. Erster Sieg im neuen Jahr. Ah, kommen wir noch ein paar Sendungen. Liebe Lina. Es war ein Fest. Vielen Dank. Ich küss dich später. Dankeschön. 47,63 Euro auch für unsere 3F-Mitspieler. Wenn Sie unsere ARD-Quiz-App noch nicht runtergeladen haben, tun Sie das für die nächsten Sendung. Oder auch für zwischendurch. Danke, das war's für heute. Tschüss, machen Sie es gut. Danke, das war's für heute. Vielen Dank.